Na, servus, guten Morgen. Sag einmal, habe ich heute mitbekommen, das ist ein Tag von dem Selbstmorden. Es ist natürlich sehr traurig. Das Problem ist, wir glauben am meisten, dass wir nur Körper sind. Mehr nicht. Und man glaubt, wenn man ein Problem hat und das nicht erlösen kann, was tut er? Selbstmord. Ja, das wäre super, wenn es funktioniert. Aber es funktioniert doch nicht. Und, weißt du warum? Weil wir in einem Körper sind. Wir alle sind eine Seele. Wir haben nicht eine Seele. Wir sind eine Seele, inkarnierte Seele, in einem Körper. Wir haben diese Körper. Schönheit. Aber mit der Seele. Und unsere Seele ist in Verbindung mit unserem Körper. Schatz, glaub's mir. Es wäre so schön gewesen, wenn alles diese Probleme löst. Aber das wird nicht. Im Gegenteil. Das wird noch mehr große Probleme. Und übrigens, ich bin die Daniela und ich möchte ab heute sofort mit dir gerne sehr unterhalten. Gefällt dir? Ja, ich freue mich auch riesig. Also, bitte tu nicht was Blödes. Vor allem ihr Jung sagt immer, dass ihr unglaublich informiert seid. Nein, dann bitte schön. Und ich rede jetzt nicht von Religion oder was weiß ich. Aber ich rede, was wirklich Tatsache ist. Wir leben weiter. Existiert ein Leben nach diesem Körper hier. Okay?